Das meint ihr mit Fliegenskills sind noch nicht hoch, es wackelt etwas, ne? Und der Controller vibriert. Na doch, hier ist doch ein Stuntflugzeug-Wallor. Ja, ja, ich weiß. Das wollte ich mir jetzt gerade snacken, weil ich mal ein anderes gegen eine Mauer gesetzt habe, weil ich uns hier wegnehmen soll. Monster-Stunt, Monster-Stunt, durch die Brücke, durch die Brücke. Das ist auf jeden Fall schwer für dich zu lenken. Oh nein, ich habe einen Flügel verloren, nein! Was machst du denn? Ich wollte durch die Brücke fliegen. Sind wir voll stillig hingeflogen? Ja, ich wollte das nicht. Der macht aber nur voll Unsinn. Oh. Ja, ja, ich brems noch schon. Ich muss ja warten, bis du weg bist. Du bist ein bisschen langsamer, glaube ich. Ja. Ich bin am Pier. Aber dafür bist du wesentlich wendiger an sich. Holt mich mal einer ab. Leg jetzt über dir hinweg. Ah, das ist ein bisschen langweilig. Da können wir nicht so viel machen. Da ist er. Was haben wir denn noch für Ideen? Irgendwas dumm. Treativ. Sag mal was. Nein, wir müssen uns erstmal wiederfinden. Nicht genug Kohle für den Haste. Boah, der legt das Spiel ein bisschen. Bei mir nicht. Ja, doch nicht. Vielleicht nicht mehr. Du legst auch auf jeden Fall. Auch im TS. Ja, das ist natürlich gut. Ja, normal bei dir eigentlich. Der Klassiker. Alter. Da stand was dickes. Ich wollte eigentlich landen, aber ich konnte nicht mehr hochziehen, als ich das gesehen habe. Aber. Was war das? Ein LKW oder was? Weiß ich nicht. Du bist einfach quasi auf mir gematscht. Mit dem scheiß Jet. Das passiert schon mal. Ja, das passiert täglich. Berufsrisiko. Der greift mich an. Ah, da bist du ja. Hier, komm, steige heil. Wir suchen uns was cooles. Mal bei dir. Ich will uns angreifen. Hast du ein cooles Auto gefunden? Oh, das ist es, was ich genommen habe. Dann bist du noch drüber in der Wüste, oder? Ich bin gerade in der Base. Oh, aber er bricht voll heftig schnell aus. Oh, das wird ein bisschen total lang. Du bist schon die Handbremse bei der normalen scheiß Kurve. Hab ich nicht? Der sei einfach ausgebrochen. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ich fürchte, dass ich nicht bin tot. Oh, der bricht voll heftig aus. Menno. Ja, wir gucken, wo Yannick jetzt ist. Habt ihr jetzt wieder was Liegendes? Nein, nein, nein. Pause. Ich gucke mal, wo Yannick ist. Da. Komm, dann fahren wir mal zu Yannick. Gut. Dann mal drehen. Moly Moly. Vielleicht suchen wir uns noch was cooles unterwegs. Weil die ist echt heftig. Wenn du über eine Kurve fährst, bricht das Ding heftig aus. Ja, was habt ihr denn dafür da? Ein Benning. Ah, das sagt ihm natürlich alles. Ja, was Glück kam ich hier. Der gute alte Benning. Nicht so ganz wirklich, aber so in die Richtung. Ich finde ja, ich muss dir sagen, ich finde das schon ziemlich cool mit dem Greenscreen. Ich feiere das schon ziemlich. Ja, das ist eine Decke. Ja, ist doch egal. Es ist aber halt, dass ich die Cam benutze und man nicht den scheiß Hintergrund so sieht, sondern nur bei einer hässlichen Fresse. Der ist ja echt viel besser. Ja. Stimmt. Jetzt lege ich am Rücken über dem scheiß Auto. Der sitzt da nicht. Wie fährst du hier eigentlich, Alter? Wieso? Ja, ja, Yannick. Der bricht heftig aus, der war... Ich weiß gar nicht, ob Yannick noch an der Stelle ist, wo ich ihn markiert habe. Also auf jeden Fall liegt bei mir das Spiel ein bisschen. Bei mir läuft das total flüssig, eigentlich. Ich glaube, ich habe Internet-Schmankung. Sind wir jetzt gerade gegen einen LKW gefahren? Nein. Ah, komm, wir nehmen den, der ist schneller. Und der bricht so schnell aus. Bist du denn voller Blut? Das weiß ich auch nicht. Ich bin eigentlich gar nicht mehr gespawnt. Vielleicht seid ihr doch gegen einen LKW gefahren. Gummitern, wir müssen auch greifen. Holen sie mit uns her. Wow, Alter. Jemmick, was ist das? Alter. Jetzt haben wir schon zwei Sterne. Fahren wir gerade rückwärts? Ja, ein bisschen. Oh, schüttelig, Daisy. Alter, das ist auf jeden Fall ein... Bleckerei-Party, Alter. Da sind schon wieder voll viele hinter uns her. Das geht hier auf jeden Fall richtig flott. Oh, ich dachte... Alter. Dreh dich weiter, Turtle. Wie er einfach so an der Wand langfährt. Hey, wo fährst du denn hin, Alter? Da kann man nicht lang. Ich dachte, da kann man leer, aber das kann man nicht lang. Oh, shit. Da hab ich wohl leichten Knick in der Aufstieg. Leicht ist gut. Aus dem Weg, wenn man kommt. Ist ja helle. Wie wir bei mir einfach irgendwo langfahren und auf einmal so pitteln wir woanders. Du musst dir das mal in der Aufnahme angucken, Alter. Das war einfach krass. Bei mir ist alles total flüssig, eigentlich. Ich muss da angucken, ob Yannick jetzt da da ist. Hört man mich denn auch, dass ich im TS irgendwie lege? Nö. Eigentlich nicht. Vielleicht ist der Server vielleicht gleich die Patricks Leckerei und die vom Server aus. Ups. Oder das leckt, weil ich bei Patrick im Auto sitze. Das kann natürlich auch sein, dass es dadurch irgendwie... Was hat die denn gerade? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich switche hier einfach nur durch die Map, so quasi. Wir sind auf dem Highway. Ab und zu fährten. 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 Was war das denn, Alter? Ich dachte, ich wollte einen Utel machen, aber ich dachte, ich war zu schnell. Weil der Bulle direkt vor uns war. Da kann man wohl nicht herfliegen. Ich glaube auch, ey. Ich kriege euch nicht. Ihr kriegt mich nie. Du kannst ja die Spieler durchswitchen. Echt, wo? Denn wie halt... Die Spieler dann auch ganz so durchswitchen. So ganz normal. Wie halt zum Beispiel auch die... Immunations so durchswitchen kann. Ach, da kommt der gerade. Ach, dann seid ihr ja weg vor mir. Ja, den Weg wäre ich auch gefahren. Ich kann mich nicht so einfach reden, aber... Jetzt landen wir sogar wieder unten. Jetzt sind wir dann im scheiß Zaun. Ach, den können wir uns verstecken. Ach, Patrick wollte eine Abkürzung nehmen. Hat nicht so ganz geklappt. Wir sind jetzt hinterm Zaun versteckt. Das funktioniert doch niemals. Du bist in der Alfer-Nurte. Jetzt fahren alle vorbei. Was will ich erzählen? Wir sind hier nur hinter dem Scheißsaal. Warte, Janik, müssen wir schon wieder auf den Kampfcheck? Was? Warte, warum hast du jetzt einen Kampfcheck? Jetzt habe ich zwei Sterne hier. Macht mich nicht kaputt. Die Bullen suchen uns zu Fuß. Guck mal, der Bulle ist weggelaufen. Hast du gesehen? Der ist in die falsche Richtung gegangen. Wir flüchten. Ich sehe nichts. Guck mal, meine Sterne sind weg. Deine auch? Ja. Ab durch die Lücke. Alter, die Karre ist einfach nur vollkommen zerstört, ey. Ein bisschen. Alter, wir sind aus dem Kampfcheck. Janik, wo hast du den jetzt her? Ja, aus der Base. Schnell. Ja, den Gefahren hat den Jet schnell geholt. Hat zum Glück beim ersten Mal. Otto, wie berät der? Ich glaube, die eine und zweite mal. Auf Janik schießen wird der Pistole. Ach du, wegen dir haben wir schon wieder entstellt. Alter, wir müssen erst mal eine neue Kamera haben. Alter. Der Bullenwagen ist einfach über uns drüber geschlädert. Ja, und da war ein Baum. Was war das denn? Da sind ja irgendwie Leute hier zu sehen. Dann komm mal aus dem Kampfcheck raus und komm mal wieder zu uns. Alter, wie... Darum kannst du das leicht sind. Wir sind die, die mit dem... mit dem Lamborghini hier auf dem scheiß Berg sind. Ja, gut, den kannst du auch nicht mehr ins Lamborghini erkennen. Sieht eher aus wie es smart. Ja, okay. Ja, du bist schon wieder vorbeigeflogen. Oh, scheiße. Okay, es ist noch gut. Es ist noch alles okay. Was rumfliegen ist denn? Was ist denn da? Jawohl, wir haben keine Sterne mehr. Zitter, ey. Oh, da fliegt was. Na gut. Weiter geht's. Wir müssen den Kampfjet ausweichen. Ich lande jetzt. Jawohl, dann komm mal wieder zu uns gleich. Aber wir sind noch nicht auf den hohen Bergen. Nee, noch nicht so lange. Wo man so richtig lange runter fährt. Oh, da hinten ist eine Straße, da fahren wir mal hin. Okay. Oh, shit. Ey, ich bin jetzt extra gelandet. Ja, dann komm mal zu uns. Da ist irgendwo eine Straße. Ja, wir gehen ja. Genau, auf die Straße. Dann muss ich auf der Straße nochmal landen. Zack. Das war geil. Wie geht mir das die Karre überhaupt noch her, ey. Ja, ja. Ich fahr da, das neues Auto. Wo fahren wir eigentlich hin? Unsere neue Auto besorgen. Ey, was ist das? Das ist durch mich durchgelegt. Das ist ein S-Mart oder so. Hallo. Da stehend. Hallo. Ich bin ganz weit weg. Oh, das Ding sieht echt aus wie ins Mart. Das ist total klein. Oh, ich hab was verloren. Oha. Nein, ich mach das nicht. Ich bin fast tot. Du hast mal eine Tür erwischt. Mein Ding ist kaputt. Ich wollte dich eigentlich nur abholen. Ich glaube, er ist schon tot. Ja, der wollte... Scheiß Tür ist ab, Alter. Ja, weil du dagegen gerannt bist. Wo ist denn jetzt Yannick? Ach klar. Das nimmt mir jetzt hier die heiße Karte. Ach, du bist ja wirklich schon vorbei. Der schießt ja noch nicht. Warum haben wir schon wieder gestört? Ah! Das war ein anderer. Folge, komm, ey. Wo fahren wir denn denn sonst? Wo fahren wir denn dann? Weiß ich nicht. Ich weiß es doch nicht so ganz. Uh, das war knapp. Nicht, komm, wir sind die Berge wieder. Da kommen die Bullen. Ab in den Norden. Okay, aber erst mal müssen wir den Bullen ausweichen. Ach, ja. Mit meiner Krippe kam er ja nicht hinterher. Komm, ja, wir fahren auf dem Highway. Die kommen rücken. Das wird nichts. Bremsen, Gas, Gas. Oh, das war knapp, ey. Da komm, wir warten auf wenig. Was war das denn? Was, war das ein Spieler? Was? Da ist gerade einer so hälflich gefahren. Ich kann es nicht erschießen. Da kommt, die andere. Da habe ich auch wieder nur an ihr vorbeigelegt. Alter, wer schießt da? Habt ihr auch euer Gepäck dabei? Alter. Wieso haben wir eigentlich dauerhaft einen Stern? Das auch nicht. Wow. Los. Max will in den Norden. Ja, nee. Komm. Du hast keine Reise. Nein, jetzt muss ich erst mal drehen. Oh, ich hab ein Packung dran. Oh, da kommen die Bullen von vorne. Na, egal. Auf geht's. Los. Ich hab ein schnelles Auto. Ihr Schweine. Guck das gerade aus. Ich schieße. Auf ihn. Auf den da. Nicht mehr. Alle Reifen drauf. Au. Warte, ich muss nachlachen. Wir haben schon wieder drei Sterne. Wow. Hör da. Gerammt. Aua, ich wurde überfahren. Wieso bist du nicht mehr im Auto? Ich hatte nur noch, mir fehlt ein Reifen. Ausweichmanöver. Warum liegt der einfach so ein Toten im Auto? Ah, ich hab ja auf jeden Fall 18 Dollar abgezockt. Das hat gereicht. Das Ausweichmanöver hat gereicht. Also, falls euch wundert, die Aufnahme leckt mich, sondern da spielt... Alter, du liegst jetzt auf der Leitplanke. Kann nicht sein. Scheiße, wir kommen nicht mehr hier weg. Aussteigen. Hier, raus, hier. Ich steck hier zwischen. Über den Zaun, Patrick. Renn. Hier runter. Wo bist du? Renn. In die Wildnis. Nur da können wir überleben. Wir haben drei Sterne schon wieder. Oh, ich komm hoch. So fett bin ich. Wo bist du denn? Hinter dir. Da kommt Janik mit deinem Auto. Rein da. Fahr, fahr, fahr. Jetzt kommt so ein Zweisitze. Ja, ich hab noch zwei Sitze gesehen, ganz klar. Da waren keine Türen mehr. Wir brauchen eine bessere Karre. Nee, die ist kacke. Was war das denn? Ich wurde mit der Schrotflinte. Ich hab noch ein Typ mit der Schrotflinte, der hat mich weggeschossen. Wir fahren auf einmal sechs Burgen um mich rum und die haben alle gleichzeitig auf mich geschossen. War echt ärgerlich, dass das ins Weisitze war. Das war ins Weisitze. Ich will irgendwo auf ein hohes Gebäude, obwohl wir haben keinen Fallschirm, wenn nichts was bringt. Auf dem Berg gibt's den Fallschirm für umsonst. Ja, lass auf den Berg gehen. Ja, dann lass auf den großen Berg. Ich weiß gar nicht mehr, ob der genau, warte, oder doch. Mal markieren, ey. Ich glaub, den sieht man ganz gut, den großen Berg. Ja, ja, ja. Wir sind doch schon sogar in der Nähe. Guck mal, da klaut einer ein Auto. Was? Wollt ihr mit? Ja, ja. Woll ich mal mit. Ich muss ihn nicht die ganze Zeit selber fahren. Wollt auch in Zweisitze. Was rauscht hier so heftig? Bewege dich über den größtmöglichsten Tanzen nach dem Sprung aus einem Boden. Warum rauscht das hier so heftig? Der rauscht da so. Alter, der Dicke. Aua! Was ist denn das? Ich war ja doch sehr nett, Mann. Jetzt will ich wohl fahren. Was ist das? Was rauscht hier so? Bam! Rauscht das wohl ich ja auch? Oh, der hat sich da eine bessere Kabel gefunden, Alter. Ich hab ihn getötet. Jetzt ist das rauscht ja nicht. Ja, Nick ist erster mit drei Metern. Ich... Was war das denn? Warum ist er noch nicht drüber gefallen? Warum ist er jetzt die ganze Kamera weggegangen? Da müssen wir doch die Hände weggegangen. Warum schießt ihr auch auf den? Jetzt steig hier ein. Wir fahren auf den Berg und rutschen da runter. Aber wir haben nur fünf Minuten Zeit. So. Steigt du endlich ein. Natürlich hab ich jetzt einen Stern wegen euch. Wir haben einen Stern. Aber das macht ja nichts. Ich bringe uns so da hoch. Gar keine Schnitte. Wir nehmen erstmal aus. Geht uns nicht. Ja, natürlich. Ich fahre halt die Tankstelle. Das ist immer eine gute Idee. Aber jetzt kann ich mich mal entspannen. Ich muss gar nicht selber fahren. Naja, du musst jetzt einfach nur rumballern. Bullen sind uns ausgewickelt. Das zieht euch. Ich muss ihn töten. Bullen gehen auf jeden Fall gerade wieder. Ja. Ich bin nicht stärker. Ich hab den Platten geschossen. Na, sehr gut. Aber der stirbt nicht. Der stirbt ja nicht. Ich hab das auf jeden Fall nicht so ultraschnell. Ausreichmanöver. Ich würde auch nimmer, dass was schnelleres ist. Ich wäre jetzt sicher, dass du nicht nur noch die Gedanken zu machen. Ich bin eigentlich nur einem troch. Vielen Dank.